Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder hier bei mir auf dem kanal zu unserem friday feierabend play soll heißen wir zocken jetzt hier ganz schmeidig ohne großen schnickschnack ein bisschen der division 2 eben auf den feierabend hin am freitag und läuten damit wie immer das wochenende ein hier die zweite folge bei mir und wir schauen jetzt einfach mal auf die map und wir gucken mal ja da haben wir einen kontrollpunkt den werden wir uns jetzt gleich mal schnappen und einfach mal losgehen ich habe übrigens ein bisschen hier an der schwierigkeit geändert zwei direktiven hinzugefügt ich schaue gerade mal globale einstellung ändern der direktiven hier haben wir zwei hinzugenommen nebel des krieges und spezialmunition so dass wir als mal ein bisschen noch zusätzliche erfahrung sammeln können okay schauen wir mal wie weit uns das ganze bringt holen wir uns erstmal den ersten kontrollpunkt und versuchen dabei ja ihr seht es ja aber befinden uns hier auf einem friedhof nicht auf diesem zu enden okay los geht's so ich glaube hier runter oder ja wie gesagt man muss ein bisschen aufpassen wenn man ohne nebel des grauens hätte ich beinahe gesagt spielt dass wir da nicht irgendwo in die offenen arme von irgendwelchen schießwürdigen cowboys laufen okay so immer mal ein bisschen die augen offen halten links und rechts gucken und ich glaube da unten müsste eigentlich schon gleich der kontrollpunkt sein ja so ja sieht fast so als wenn unsere kollegen hier ein bisschen hilfe brauchen jetzt sehe ich aber gerade wieso haben wir jetzt dann doch wieder radar merkwürdig eintreffende verstärkungsanforderung so ups weil theoretisch müsste eigentlich irgendwo hier jemand sein und ich hätte ungern dass mir jemand hier in den rücken fällt verstärkung trifft ein so der kollege ja den immer jetzt mal aus dem spielen so nach dem gefecht schauen wir uns das nochmal an mit den direktiven weil irgendwas hat er da anscheinend nicht übernommen da oben ist noch jemand ja von hier oben haben wir noch viel bessere sicht auf die dinge ups ah wusste ich es doch oh je jetzt wirds kritisch da sind sie dann doch von hinten gekommen ja burn baby burn so ist da noch mehr so da hinten wird auch irgendwas rumspringen da gibt es ein bisschen munition die wollen wir nicht vergessen so ok na ich habe so den eindruck wir müssen gleich in den nahkampf na was ist los meine drohne bewegt sich nicht vom fleck oh da knallt es aber so ok wo da wo ist er hinter mir ah ich fasse es nicht oh irgendwas von hinten wieder so dann ist ja jetzt alles geschwätzt oder oha so ein bisschen munition weil die könnte uns sonst ausgeben so ja Ja, komm, komm, komm. Oh, ja. Na. So, wo kommt der denn jetzt? Ja, was denn jetzt? Rind in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln oder was ist los? So, da kommt er. Ups. Da kämpfen sie auch. Gern geschehen. Oh, noch einer. Über die Flanke versuchen sie es. Ups. Ups. Okay. Okay. Ja, ein Sieg. Ein Sieg muss her. Gut, wie sieht's aus? Willst du was? Willst du nix? Doch, sie will was. Ja, ich bin heute wieder in Geberlaune. So. Zugang freigeschaltet. Alles wieder schön vollpacken. Dann schauen wir mal, was es hier Feines gibt. Haben wir uns auch verdient. Das haben wir uns verdient. So. Boop, 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 boop. So, Brandmunition, Brandmunition. So, dann schauen wir mal hier. Ist noch irgendwo was zum Aufnehmen? Da gibt's bestimmt noch was. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So, man kriegt ja im Leben nichts geschenkt. Also muss man mitnehmen, was rumliegt. So. Da drüben noch mal ein bisschen was. Nun. Hä? Naja. Sonst noch irgendwo was? Nichts Interessantes mehr. Okay, da haben wir ein Fragezeichen. Dann gehen wir doch einfach da mal hin. Und schauen mal, was uns dort erwartet. So, sehr schön. Den ersten Kontrollpunkt haben wir eingenommen. Da ist auf jeden Fall... Ah, ja. So, ja. So, weil höchstwahrscheinlich da jetzt die Action ist, oder? Oh, 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 oh. Ja, dann haben wir mal kurz mit denen gesprochen. So, wo sind sie denn? Ah, da ist noch einer. Oh, 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 oh. Da fällt mir gerade ein, wollten wir nicht die Direktiven umstellen. Zugangsschlüssel. Ja, mei, ist denn schon wieder Fasching? Oder Silvester. So. Aufnehmen. So, Dillee. Umgebung gesichert. Sehr schön. So, dann können wir bestimmt doch wieder hier unten ein bisschen was an der Uhr drehen. Ist das wirklich schon so spät? So, im Prinzip ist auch gerade egal. So, dann schauen wir mal. Weil da hört es sich doch auch schon wieder an, als wenn es knallt. Und wir wollen ja bei der Party mitmachen. Denn wir sind ja absolute Party-Börner. Freunde. Hm. Wir können doch nicht zu spät. Die Regierung erzählt euch, dass sie das Recht hat, hier ihre Gesetze. Wir haben genug Resorten, dein ganzes Leben. Ich kümmere mich um eine Familie. Wenn Sie bereit für den Kampf sind, kommen Sie zu hoffen. Die Regierung erzählt euch, dass sie das Recht hat, hier ihre Gesetze durchzusetzen. Aber das stimmt nicht. Auch was. Ihr habt hier keinen Einfluss. Jaja. Ja, das sagt jeder Reichsbürger. So. Wo kommen die Buben? Ah, die kommen hinter uns. Die kommen von da. Und von da. Ja, jetzt haben wir schon wieder vergessen. Wir wollten ja eigentlich was zurückstellen. Drag-Off. Vergessen Sie nicht. Dein ganzes Leben. Ich kümmere mich um eine Familie. Zugangsschlüssel entdeckt. Wenn Sie bereit für den Kampf sind, kommen Sie zu Wall Street. Ich kümmere mich um eine Familie. Bitte was entdeckt? Wen entdeckt? Ups. Ich habe das Gefühl, es gibt gleich Ärger im Paradies. So, unser Geschütz brauchen wir eigentlich auch woanders. Okay, jetzt kommen Sie von dort. Dann schauen wir mal. Ah, ja. Manuelle Kontrolle erforderlich. Zack, tschüss. Und das gibt wieder Gummipunkte. So, der Beutel ist voll. Okay, jetzt schauen wir gerade mal. Ja, da haben wir doch noch einen schönen, schönen Kontrollpunkt. Den können wir noch mitnehmen zum Feierabend. Eine freundliche Erinnerung an alle Rikers, Cleaners und abtrünnigen A-Tips. Wir schießen erst und stellen später Fragen. Wenn Sie die Seiten wechseln möchten, melden Sie sich über Funk und wir arbeiten hier. Also, jetzt müssen wir noch mal gucken. Mal einen Blick hier. Aber dann, glaube ich, springen wir wieder zurück, wenn ich jetzt wieder die Direktiven ändere. Oder Einstellungen, Ändernde Direktiven. Nebel, Spezialmunition. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Hm. Okay. Sei es drum. Jetzt haben wir gerade so einen schönen Lauf. Da werde ich jetzt nichts mehr ändern. So. Okay. Ne, ne, das passt überhaupt nicht. Okay. Okay. Agent braucht Verstärkung. Hm. Okay. Ich habe zwar irgendwie den Eindruck, dass da irgendwo noch einer läuft. Aber wir würden es ja sehen, weil wir leider irgendwie aus irgendeinem Grund es doch sehen auf dem Radar. Naja. So, da vorne springen wir da welche rum. Zack. Zack, zack, zack. Zack. So, da ist noch einer unterwegs. Mann, 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 Mann. Ihr wisst doch, so spät soll man nicht mehr alleine unterwegs sein in der Stadt. So. Ah, das ist diese Geschichte. Okay. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, kommen wir da hinten dran und können dann... Nee, da können wir leider noch nichts. Ja, dann gehen wir halt da hin. So, unser Geschütz ist parat. Unser Geschütz, unser Geschütz. Kriegen wir das da oben hin? Nee, da kriegen wir es nicht hin. Feindliche Übertragung erkannt. Aber jetzt kriegen wir es da oben hin, oder? Ja. Dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Oh, das war knapp. So, was ist mit meinem Drünchen? Das ist mit meinem Drünchen. So, ganz da hinten ist auch einer im Licht. So, und irgendeiner schießt von dort auf mich. Da werde ich aber jetzt gleich ungehalten. Ja, der braucht meine Hilfe. So, da hinten ist nichts. Da hinten ist der Lieutenant. Falls ich ins Gras beißen sollte. So, aber das werden wir zu verhindern, wissen. So, da kommt irgendwo einer angestiefelt. Wir sammeln mal ein bisschen Munition ein. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Doch natürlich kommt er da oben. Mach schon, mach schon, mach schon. Ach ja. Mein Daniel, mit dem Flammenwerfer rumspielen zu müssen. Ihr wisst doch, Feuer, Schere, Licht, sind wir Böse, Cleaners nicht. So, Achtung. Soll mir das Angst machen? Nicht bei mir. wechsel im magazin so wo denn wo denn ja ja klettert er direkt in meinen lauf sozusagen ups da drüben sind welche ganz schön sehr schön das bootshaus haben wir eingenommen so dann werden wir wieder mal ein bisschen die wunden lecken und gucken wo es ein bisschen was gebrauch freigeschaltet und dann geht es runter da geht es lang da geht es zum so mitnehmen kann man ja nichts mehr wir sind voll aber ja was soll es ist ja nicht über arme leute hier was hätten wir denn gehabt okay geht nichts mehr mit haben wir hier noch munition sehr schön kontrollpunkt officer haben wir denn noch ein bisschen was zu verschenken mit papier und gleich stift haben wir sind mal besser als brauchen man kann nicht sagen man ist versorgt also wirklich so feindliche übertragung erkannt ja das wird nichts so weit ist es gekommen tja ups da müssen wir raus okay wo haben wir noch was wo haben wir noch was so feindliche übertragung empfangen gibt es da noch ein paar raketen 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 leider nicht so feindliche übertragung und dann schauen wir mal was wir noch auf der karte haben das bootshaus haben wir eingenommen ja battery park hier gibt es noch irgendwas ah ja okay da haben wir da haben wir okay da haben wir eine hinrichtung da haben wir eine propaganda dann gehen wir doch da mal hin so wunderbar in diese richtung hafalter hier ist ja auch noch was zack 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 ok ja da gehen wir nach oben ups was ist das arbeitsverweigerung oder was ja 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 das denke ich mir da unten kommen sie raus so haben auf der linken seite ist keiner mehr hier rechts wo seid ihr beiseite wo springt ihr rum also den zugangsschlüssel hat man mir ja freundlicherweise praktisch freiwillig ausgehändigt so da muss doch noch ihr kennt da oder ja klar ein scharfschütze das war mir klar gut extra prima gut so also wo müssen wir hin da leuchtet es noch mal ein paar gummipunkte machen ja komm danke okay sehr schön aber wir wollten ja eigentlich ganz woanders hin so da finden wir noch mal eine propagandasendung so wasser kann man eigentlich nie genug haben so die drüge okay jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen wir sprechen sie nicht dass diese stadt uns gehört wir haben wir haben ein ganzes leben ich kümmere mich um eine familie wenn sie bereit für den kampf sind kommen sie zur wall street wir starten sie aus ja 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 wer hat diese stadt errichtet banker broker und oder was tut das der hart arbeitende trottel mit zwei jobs der auf seinem weg nach hause von einem kurven bull und wir wissen was wir durch machen renschreffende verstockungsrufe beigebracht aber es ist etwas verständlich dass ich sehr viele hier Was so viel heißt, dass ich den Schlüssel hole und dann noch mal zum Lautsprecher gehe. Das schaffen wir, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Ja, nicht mehr lange. So, von wo kommt ihr? Wir haben nicht ganz so taktisch Glück, wo ich mich jetzt gerade befinde. Schöpidu. Ja, wie, was, wo? Kommt keiner. Tja. Jetzt kommt einer. Oh, da hat es aber geknallt. So. Aha. Wieder ein Zugangsschlüssel, oder was? Kommt wieder einer um die Ecke? So, besser ist das. So, besser aus. Das ist das. So, besser aus. so die übertragung wurde wieder hergestellt sehr schön sehr schön gut so ja dann schauen wir noch mal haben wir noch was spannendes hier und aber noch einen schönen kontrollpunkt so ein bisschen mehr ups so ein bisschen aufpassen was von hinten in irgendein gefecht verwickelt werde so war mir eine freude ihr kommt zu uns alleine zurecht oder ja denke ich schon okay bis später links müsste doch jetzt der kontrollpunkt sein wo ja da steht aber die sonne wirklich aufbau danke damit wäre der überraschungseffekt schon mal zunichte gemacht so leuchtsignal kann abgeschossen werden ja dann werden wir das doch tun ja natürlich So, jetzt muss ich mal schauen, dass wir da drüben alle bekannten. So. Der steht hier einfach mittenrum. Das wäre ja schade, wenn wir den nicht killen. Ups. Ja, da kann ich nichts machen. So, aber eher hier. Nein. na dann tags dann spricht er hinter mir rum da müssen wir ein bisschen näher waren ich merke das schon ja wo ist er denn das ist jetzt aber wildes hier freundlich feier so ich habe ja keine munition mehr für ihn hat es nur gereicht so wo gibt es munition auf dem schiff glaube ich fast nicht zeigt mir keine an so das war erstmal gar nichts die war nicht gut positioniert wo springt er rum da oben springt noch einer rum hingekommen wo die sind aber ganz schön hartnäckige kollegen und Was ist das? so und dann gibt es ein bisschen munition brauchen wir ganz dringend dann werden wir da oben jetzt ein bisschen ausräuchern keine munition falsche kiste jetzt so wie sieht es aus ist noch jemand da war ja klar so dann also runter geschützt mit aufnehmen und dann voran die front haben wir denn hier eine gute position hier und geschützt auf da so einer wo ist er denn so Mann, 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 Mann. Da hat die mich aber echt überrascht hier. Das ist Mike Lee. Oh, jetzt läuft die mir noch nicht mehr hier in den Kugellager rein. So, das Geschütz wieder mitnehmen. Zack. So, wo springen die Kollegen rum? Haben sie sich wieder hier hochgearbeitet? Ah, da drin ist einer. Ah. So. Ah. Gegner bewacht, ein Ort in der Nähe. Gut. So, da ist noch was. Ah, ja. Ah, keine Munition mehr. Keine Artillerie. Ups. Das wollten wir nicht. Keine Artillerie. So, irgendwo da hinten ist noch jemand. Von Feinden bewacht, der Ort erkannt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die hier dazugehören. Oder ob das schon wieder was anderes ist. Ah. Oh, ja. Warum sollten wir unsere gute Position aufgeben. Also, der kommt von der anderen Seite, oder? Gegner bewacht. Ein Ort in der Nähe. Ach. Ups, auch du Schande. So, und Entdeckung. Ja, alles kritisch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Hätte man ja wieder beinahe verpennt. Oh ja, oh ja, oh ja. Huah. So. So, und da draußen springt noch einer. Großer Fehler. Ja, 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 ja. Klar. Und zwar ein Fehler, heute Morgen aufzustehen, habe ich so den Eindruck. Okay. Ist da drüben noch ein, oder nein? Werf ich die Kanone dahin? So, da gehört sie hin. Ja, natürlich mit meiner Hilfe. Da spricht sie wieder ein wahres Wort. Nur so kann es laufen. Danke. Ich weiß nicht, ob wir sie ohne sie besiegt hätten. Ich bin mir da sogar relativ sicher. So, ganz im Nachschubraum freigeschaltet. Danke. Gerne. War mir ein Vergnügen, auf den Feierabend hin euch noch ein bisschen zu unterstützen. So. Also, Freunde. Dann haben wir auch diesen Kontrollpunkt eingenommen. Und mit dem Blick hier auf das Elend, darf ich mich wieder recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, richtig. Du hast völlig recht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute Abend wieder hier zum Feierabend hin. Freitagabend. Langsam geht es ins Wochenende für mich. Ich freue mich. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt euch auch ein bisschen gefreut hier beim Zusehen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich und sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Ich bin der Baden Farmer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.